hey leute und herzlich willkommen zum hardcore friday heute mit peter zusammen wir ziehen ja die challenge zusammen durch und man motiviert sich einfach ein bisschen besser wenn man zu zweit trainiert und deswegen heute hardcore friday zu zweit hier worum es heute geht wir machen drei verschiedene übungen 30 sekunden workout 15 sekunden pause davon macht ihr drei runden zu hause ok wenn euch eine übung davon gefällt schreibt mir gerne mal in die kommentare welche das ist dann mache ich euch gerne noch mal ein extra tutorial dazu denn heute ziehen wir einfach nur durch ich würde sagen wir legen los wir starten mit den freeze to freeze push ups ich fange an 30 sekunden workout peter hat erstmal pause danach switchen wir nehmen die zeit gegenseitig und wechseln dann durch die letzte übung to step auf speed ziehen wir gemeinsam zusammen zum finale durch parallel face to face ok leute let's go erste übung f dizert w drei u run r ve s fourteen s re das war übung 1 wir machen direkt weiter ihr habt jetzt noch kurze pause nächste übung ganz ganz easy erste übung war ja eher oberkörpertraining brust trizeps schultern und natürlich auch koordination jetzt geht es mehr um die griffkraft und eure bauchmuskulatur ihr habt zwei varianten ihr könnt die etwas leichte variante machen beine angezogen und ran hier geht es um kontrolle nicht um speed okay andere übung wäre toaster bars macht die weine lang sie mit gesteckten beinen hoch okay wir legen los let's go dreißig sekunden und wenn wir noch ein bisschen mehr an den ex arbeiten wollen schöner clap auf dem bauch let's go runter mit dem clap und weiter und 2 mal und 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 Drei, zwei, eins. Finger brennen. Shit. Okay, Leute, letzte Übung. Wir machen Two Steps. Auf Speed. So schnell wir können. Timer in der Mitte. Finale. So auf Start. Go. So, Leute. Leute, soviel zum Hardcore Friday, checkt auch Peters Kanal ab, findet ihr auch jeden Tag Videos. Genau, ganz geil, wie ihr seht, wir machen es zu zweit, ihr könnt auch bei Daniel unter die Kommentare schreiben, ob ihr lieber Übungen alleine oder zu zweit sehen wollt, denn so eine Challenge durchzustehen alleine haut gut rein, ich finde zu zweit pusht man sich noch mehr und kann glaube ich noch bis zu 10% raus und deswegen werdet ihr öfter auf meinem Kanal Videos sehen, wo ich mit zwei, drei Leuten trainiere, mit Daniel, meiner Crew, meiner Gang, ja, danke dir, wir sehen uns, Gangs!